Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Bitcoin bei 41.000 US-Dollar. Wir befinden uns weiterhin in einem kleineren Abwärtstrend. Die Impulse sind schwach. Wir haben es weiterhin, so wie gestern angesprochen, nicht über ein neues, höheres Hoch hier geschafft. Zumindest in dieser Abwärtsbewegung kein höheres Hoch mehr erreichen können. Deswegen keine Short-Position. Long-Position ist mir einfach immer noch ein bisschen zu riskant. Welche Level wir trotzdem jetzt im Blick behalten sollten, wie wir weiter bei den Stockmärkten auf jeden Fall vorgehen und welche Daten heute noch anstehen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video noch mal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das Ganze auch nicht traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr auch nochmal 10% Rabatt auf die Gebühren lebenslang. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 41.000 US-Dollar. Wir gehen hier mal in den 1-Stunden-Timeframe, um hier mal einen besseren Überblick zu bekommen. Also im Gegensatz zu gestern, wie gesagt, wir hatten hier diesen größeren Blick bei dem Abverkauf. Den haben wir wiederum gefüllt. Daraufhin die Erholung bis 42.100 US-Dollar. Diese hat aber kein höheres Hoch angedeutet bzw. erreicht. Dafür hätten wir hier mindestens über die Marke von 42.400 US-Dollar kommen müssen. Ist nicht so gewesen. Deswegen hat sich der Abwärtstrend, zumindest dieser kurzfristige, nicht der allgemeine. Allgemein sind wir auf jeden Fall im Abtrend. Aber dieser kurzfristige Abwärtstrend hat sich weiter fortgesetzt. Das heißt, anscheinend reicht die Liquidität derzeit nicht raus. Und das habe ich gestern auch in der Telegram-Gruppe mal hier dazu geschrieben, dass einfach nichts momentan passiert. Wir haben zu wenig Stärke im Markt. Und deswegen auch gestern keine Long-Position mehr hier in diesem Bereich um 40.500 US-Dollar. Was mich gestern eher so ein bisschen gestört hat, war, dass wir verschiedene Bitcoin-Preise wieder so ein bisschen haben. Das heißt, bei Standard und Perp, verschiedene Börsen und sowas, haben wieder so ein bisschen diese Bitcoin-Schwankungen. Und das hat mich gestern dann auch noch ein bisschen stutzig gemacht. Mittlerweile hat sich das hier wieder deutlich angeglichen. Also ihr seht hier, zwischen Perp und Normal-Standard sind hier 10, 20 Dollar Unterschied. Das waren aber gestern mal zwischenzeitlich 150. Und das ist auch meistens so ein Zeichen, da läuft irgendwas nicht mit guten Dingen ab, dass wir jetzt hier wieder nachhaltig auf jeden Fall nach oben hin steigen können. Wie gesagt, mittlerweile hat sich das Ganze wieder. Also alles wieder gut. Trotzdem hat sich an der Gesamtsituation nichts geändert. Wir haben gestern Zahlen bekommen, VPI-Daten, die kurzfristig, also die monatlichen VPI-Daten sind um 0,1% gestiegen. Der Rest war alles gleich wie die Prognose. Das heißt, die VPI-Daten von 3,2% sind gesunken auf 3,1%, so wie es auch erwartet war. Heute Abend haben wir dann aber noch einmal wichtige News. Und das schauen wir uns auch jetzt gerade nochmal an. Also um 14.30 Uhr kommen die Erzeugerpreise. Auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und dann um 20 Uhr kommt dann die Zinsprognose. Das heißt, was sind die Prognosen für die nächsten Jahre? Werden die wieder erhöht? Kriegen wir möglicherweise eine Zinssetzung? Das kriegen wir alles heute Abend um 20 Uhr dann gesagt, was natürlich auch nochmal Bewegung in die Märkte kriegen würde. Und apropos Märkte, wenn wir uns mal so ein bisschen hier die Stockmärkte angucken, ist es für mich absolut geisteskrank. Ich bin hier noch in der Position drin. Daran ändert sich nichts. Wir hatten ja hier einen Entry um 16.100 US-Dollar. Das heißt, die Position, huch, das wollte ich nicht, Position ist derzeit hier mit 1,4% oder 1,5% im Minus. Ich lasse sie trotzdem weiter offen. Auch DAX lasse ich offen. Der hält sich sogar noch relativ gut hier derzeit. Und bei Gold werden wir nicht hier jetzt wahrscheinlich reingehen. Ihr seht schon, wir sind jetzt gerade unter dieses FIP-Level vom 0,5er gefallen. Gefällt mir nicht wirklich gut. Deswegen rechne ich jetzt eher damit, dass wir hier in Richtung 1.950 bis 1.940 US-Dollar abverkauft werden. Das heißt, die grüne Zone ist jetzt erst einmal weg. Für mich nächste Long-Verdopplung von der Long, die noch offen ist, zwischen 1.950. Da machen wir mal noch ganz kurz diese Linie hier rein und 1.940. Also das nur zu den Stock-Trades, zu den normalen Trades, zum Gold-Trade. Beim Euro, um das nochmal ganz kurz so ein bisschen zu festigen, hat sich gar nichts getan. Also hier werde ich aber heute oder morgen auf jeden Fall die Position verdoppeln. Gehen wir rüber zu Bitcoin wieder. Wie gesagt, tut sich derzeit zu wenig. Ich habe gestern ja schon im Video gesagt, ich werde meine Spot-Käufe weiterhin etwas pausieren. Das heißt, ich kaufe oder habe jetzt gestern, vorgestern und heute werde ich hier wahrscheinlich noch nicht nachkaufen. Für mich gibt es eben nur diese zwei Zonen, wo ich nachkaufen werde. Das ist einmal hier bei knapp 40.000 US-Dollar, dann wieder bis 37.500 und dann die Spot-Käufe nach unten hin deutlich nochmal erhöhen. Und dann hier eben die große Zone zwischen 33.500 und ich sage jetzt mal 32.500 US-Dollar. Das werden die Zonen sein, wo ich nochmal große Spot-Positionen kaufen werde. Werde-Sparplan wird dann aber hier erst zwischen diesen beiden Zonen wieder, ja, angeschmissen. Ansonsten, wie können wir uns heute sonst noch ein bisschen so verhalten? Wir müssen auf die 40k warten, bin ich ganz ehrlich. Also vorher werde ich hier wahrscheinlich nicht in irgendeinen Trade reingehen. Ihr seht dieses Abverkaufsvolumen sehr, sehr stark. Im Gegensatz zu diesem Volumen, was wir jetzt hier in dieser Aufwärtsphase gesehen haben. Wir müssen auf die News um 14.30 Uhr und auf den Fett-Zinsentscheid heute Abend noch warten. Also das konnte alles noch ein bisschen uns in die Karten spielen für einen weiteren Abverkauf. Aber hier jetzt derzeit bei 41k ist mir einfach zu wenig. Mich stört ehrlich gesagt diese Ineffizienz da oben, aber darüber haben wir ja gestern schon gesprochen. Das ist für mich immer noch der perfekte Short-Einstieg hier zwischen die 42.600 und 43.200. Solange wir aber weder das eine treffen, das heißt 40k, oder nach oben hin die 43.000 US-Dollar-Market, werde ich hier auf keinen Fall in irgendeine Position reingehen. Das Risiko ist einfach viel, viel zu groß. Wir haben 50% Upside-Potenzial, 50% Downside-Potenzial. Vor allem diese Zone hier unten bis 37.500. Wenn ihr jetzt hier in einen Trade reingehen wollt, wie gesagt, sprechen wir hier von 5,8%. Natürlich werden wir das ein bisschen angleichen, je nachdem wie die Reaktion da unten ist, dass wir vielleicht hier so auf 2 oder 3% kommen mit mehreren Positionen. Aber da warten wir jetzt erst einmal ein bisschen ab. Nichts überstürzen. Für mich klar, wenn diese Zone nicht hält, werden wir als nächsten Step des Golden Pockets sehen. Bin aber immer noch dabei. Wir haben, heute müsste glaube ich der 13.12. sein, wir haben immer noch 9 Tage für diesen Move. Und ich glaube, dieser Move wird schneller gehen als wir denken. Wir werden hier vielleicht sogar den ersten Bounce sehen und dann möglicherweise den nächsten drastischen oder dramatischen, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, abverkauft. Das wäre aber für mich das Worst Case, um dann absolut ins neue Jahr mit einem Bitcoin ETF, mit einem möglichen neuen All-Time-High reinzustarten. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr? Seht ihr das eher als wahrscheinlich oder sagt ihr eher, nee, absoluter Bullshit? Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare. Damit unterstützt ihr natürlich auch ein bisschen den Algo. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Und hier muss ich ehrlicherweise sagen, sieht es nicht besser aus. Also auch hier war ja die Idee Richtung Golden Pocket oder 0786er. Wir sind nur bis zum 0,5er gekommen. Also dafür hat die Kraft gereicht. Ansonsten befinden wir uns auch derzeit in einem absoluten Abwärtstrend. Also da tut sich gar nichts. Wir haben noch diesen Wig zu füllen, welcher bis knapp 2120 US-Dollar derzeit geht. Aber das ist für mich, ehrlich gesagt, kein Szenario, um hier eine Long-Position aufzubauen. Das Risiko, wenn dann, kannst du es hier mit Gamble-Geld machen, um zu versuchen, dass wir hier doch nochmal in Richtung Golden Pocket reingehen. Das Risiko ist mir aber, ehrlich gesagt, ein bisschen zu hoch. Wir haben einen entscheidenden Vorteil bei Bitcoin. Wir haben diesen großen Wig gefüllt. Das haben wir eben bei Ethereum noch nicht gemacht. Bei Ethereum kriegen wir erst noch die Reaktion. Und die könnte genauso auch beschissen ausfallen. Und, sage ich mal, deutlich uns noch weiter nach unten bringen. Das heißt, 50-50-Chance, dass wir hier unseren Bounce kriegen, nach oben hin. Wenn Bitcoin natürlich weiter entfällt, dann werden wir auch Ethereum wahrscheinlich nochmal hier unten in diesem Preisbereich zwischen 1900 US-Dollar, denke ich, auf jeden Fall mal sehen. Aber wir können das nochmal ganz kurz anschaulich. Sorry, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen rüber switche. Aber wenn wir jetzt beispielsweise bei Bitcoin eine Korrektur sehen von, ich sage jetzt mal, 18 bis 20 Prozent, dann müssen wir uns bei Ethereum ja natürlich auch das Gleiche einstellen. Und dann können wir uns mal ganz kurz gucken. Dann wären wir hier bei 11 Prozent, wenn wir nur bei 1800 US-Dollar landen. Das heißt, die Chance, dass wir sogar hier nochmal zwischen, ich sage jetzt mal, 1700 US-Dollar landen, würde sogar hier noch die Ineffizienz füllen, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das heißt, auch hier eine längerefristige Long-Position zwischen 1,7 und 1,8 klingt hier nochmal deutlich wahrscheinlicher, auch um mögliche Spot-Positionen aufzubauen. Aber derzeit ist das für mich alles ein bisschen zu riskant. Ich bin hier eher bis vor Weihnachten oder bis Weihnachten eher mal so ein bisschen auf der Short-Seite. Ansonsten jetzt noch irgendwie in den Long reinzuspringen, würde ich euch einfach nicht empfehlen. Warten wir jetzt erstmal ab, was heute noch um 14.30 Uhr kommt. Ansonsten, ja, Fettzinsentscheid, Erzeugerpreise. Später kommt noch ein neues Video zu New Eternal Life. Da weiß ich jetzt schon, dass es zu Diskussionen führen wird. Also gebt euch dieses Video gerne. Würde ich mich freuen, kommt, glaube ich, um 14 Uhr oder 14.30 Uhr. Hört euch das auf jeden Fall gerne an. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann, wie gesagt, später zum New Eternal Life Video wieder. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.